Ich bin wieder her! Es geht nach Hause! Jawohl! Sie haben dich aus der Mannschaft geworfen. Sie ist ganz, Sie sind schlampft. Ich bin wieder her! Jawohl! Du bist am 3. oder was? Ich bin am 2. Ich bin am 2. Warum warst du denn? Dann kannst du weiter. Kannst du gehen? Ja. Okay, ich bin bereit. Dann stehe ich wieder. Ja. Das ist ja nicht so. Ach so, oder? Das war wohl der Kampfer, oder? Vielen Dank. Das war's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Schauen wir hier in der Sub-Seite. Gleich da unten gibt es eine Dino-Info. San Diego, Stegos aus, mit 17 großen Knochenbergern auf dem Rücken. Der hat seine Schwanzspitze wie lange Staffeln aufweist. Wind, Dummiger 6, der erste genetisch modifizierte Überleg im Zweifelwort. Das was es genau ist, dass es hier auch sagt, ist es fängt an. Aber es ist einfach ein Dino-Zerabend. Willkommen in San Diego, California. In general. Vor 15 Jahren hatte John Hammond einen Traum. Doch in der nächsten halben Stunde wird John Hammonds Traum in anderer Gestalt in Erfüllung geben. Heute Abend werden wir den Jurassic Park San Diego mit einer Mega-Attackte... Das Schiff ist da. So, so, so. So, so. So, so. So, so. So, so. Wo stammen die denn alle hin? Andere hat sich dicht. Weiter so! Weiter schieb! Oh, ich bin frei! Nein, das ist so. Einfach rein! Das ist doch ein Bruch! Ja, direkt vom Busby! Wir sind hier am Rettel. Jawohl! Oh Mann! Wärst du nicht da gewesen, dann wäre er... Dann wäre er nicht drin. Jetzt ist es passiert, aber... Wo ist die Crew? Die wurde gefressen. Hey, Herr Hohmer, du musst du... Oh, 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 oh. Kontrolliert den Laderaum! Vielleicht gibt es noch Überlebende!